Ja, herzlich willkommen bei BFC TV. Es ist wieder soweit. 50 Spiele haben wir wieder zum Feiern. Ringo vom Sonderzug Pankow übergibt wie immer traditionell den Pokal. Thiago Rockenbach, der Silber. 50 Spiele, heute sind es 55 geworden. Was bedeuten dir diese 50 Spiele für den BFC? Ja, erstmal bin ich froh, dass wir jetzt weitergekommen sind. Das war sehr wichtig für uns. Und ja, es ist mir eine große Ehre, 50 Spiele, 55 Spiele für den Verein zu machen. Und ja, ich freue mich. Ja, gerade war es ja der Schlusspfiff im Pokal, Viertelfinale gegen die Spandauer Kickers. Für den Landesligist muss ich sagen, ein Höllentempo, was sie gegangen sind. 90 Minuten lang und sie haben euch körperlich definitiv nicht geschont. Oder wie siehst du das? Ja, also muss man ganz klar sagen. Sie haben Top-Leistung abgeliefert. Wie du schon sagtest, die haben Gas gegeben bis zum Ende. Hätten wir nicht gedacht. Und ja, Glückwunsch an deren Leistung. Aber wir sind weiter, dass es was zählt. Ja, jetzt geht es dann gegen die SD Kroatien im Halbfinale. Was ist da drin? Naja, wir freuen uns erstmal, dass wir auf den Rasenplatz spielen dürfen. Und ich denke, das kommt uns ganz gut entgegen. Und wir wollen ins Finale kommen. Ja, das ist doch eine klare Ansage. Final machen wir es auch jetzt, weil es ist kalt. Ja, Ringo, 50 Spiele, dein Amt, den Pokal zu übergeben. Vielen Dank und auf die nächsten 50. Alles klar, vielen Dank. Ja, dann für Thiago geht es zurück in die Kabine und für mich zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Dankeschön. Vielen Dank.